Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Ihnen meinen Pecha Kucha-Vortrag Explore Create Share Lern 4.0 zeigen zu dürfen. Pecha Kucha bedeutet, Sie sehen in den nächsten 6 Minuten und 40 Sekunden exakt 20 Folien à 20 Sekunden. Ihnen dabei viel Spaß und mir viel Glück. Persönliches, mein Name ist André Spang, ich unterrichte in Köln, praktiziere dort als iPad-Projektleiter mobiles Lernen mit den Fächern Musik und katholische Religion. Auf Twitter bin ich der Tastenspieler. Meine Schule, die Kaiserin Augusta Schule, ist ein Gymnasium in der Südstadt, grüner Pfeil, mit 90 Lehrenden und 1000 Lerenden. Er blickt in einen 3D-Drucker und ziert das Cover des New Media Horizon Reports. Der Report besagt, dass sich in den nächsten 1 bis 5 Jahren mobiles Lernen, Gamification sowie virtuelles Lernen massiv auf Lehre, Lernen und Forschung auswirken. Im Detail bedeutet das, zunächst nimmt der Einfluss von Social Media weiter zu, verändert die Lehrerrolle. Open Educational Resources werden wichtiger und Online Learning etabliert sich. Die Herausforderungen sind es, die Lehrer ICT fit zu machen, den Mix von formalem, non-formalem Lernen und das komplexe Denken zu fördern. Stichwort Lebenswelten. Links im Bild sehen wir zwei Kinder, die ihren Großeltern die neueste Spiel-App auf ihrem Tablet zeigen. Rechts meine Fünftklässler nach den Weihnachtsferien 2013 mit ihren neuen Smartphones, die sie mit Free-Wifi im Unterricht nutzen könnten. Einer meiner erfolgreichsten Tweets zeigt, welche Begriffe der sogenannten Generation Y geläufig sind. Das war ein Tafelanschrieb in Klasse 5 vor circa einem Jahr und oben die Frage der Kinder. Herr Schwang, was sind denn das für Hashtags vor den Noten? Ja, dementsprechend haben wir heute Brotdose und Powerball gleichermaßen ihren Platz auf dem Tisch im Klassenzimmer. 2000 WhatsApp-Nachrichten in zwei Tagen auf dem Smartphone einer Schülerin sind kein Thema. Und die Bedürfnispyramide, ja, die muss neu gedacht werden und nicht nur bei den Schülern. Die Frage ist nun, worauf legt der Lehrer 4.0 Wert? Die wichtigsten Skills im 21. Jahrhundert sind für mich Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation, die 4K und nicht etwa Content auswendig lernen, was ja gelegentlich noch gemacht werden soll. Mit dem Tablet-Projekt, das ich seit über fünf Jahren leite, versuchen wir den Lebensweltbezug herzustellen, konstruktive Mediennutzung in allen Fächern abzubilden. Und dazu gibt es viele Einsatzszenarien, von denen ich ein paar exemplarisch zeigen werde. Es werden Filme, Tutorials, Musik, Keynotes, Apps, Dickies, Blogs und E-Books produziert. Dies alles kann man auf einem integrierten Gerät wie einem Tablet von der Recherche und Aufnahme und Produktion bis zur Bereitstellung abwickeln. Explore, Create, Share. Mit mobilen Geräten kann man zum Beispiel einfach rausgehen und wie hier mit Klasse 5 einen Film über die Kirchen im Viertel produzieren. Interviews machen, komplett papierfrei arbeiten, mit Lernplattformen, Wi-Fi, Beamer und das Ende der Kreidezeit einläuten und das ist kein Science-Fiction im Jahr 2016. Be a maker, not a taker. Die Lernenden hier aus der Stufe 11 und 12 sind keine Konsumenten, sondern Macher. Sie stellen 3D-Figuren her, sie coden und arbeiten projektbasiert und handlungsorientiert, kreativ mit digitaler Hard- und Software im Unterricht. Hier geht's um Gamification. Albert Einstein hat gesagt, Spielen ist die höchste Stufe der Forschung. Und in der Tat sind die Menschen die einzigen Lebewesen auf Erden, die zwischen Spielen und Lernen unterscheiden. Lernen ist so was Ernsthaftes. Spielen ist ja Spaß. Potenzial wird hier nicht ernst genommen. Oder doch? Das versucht die Gamification. Meine Lernenden in Klasse 6 zum Beispiel bauen Kirchen mit Minecraft auf der linken Seite oder Welten vor und nach der Klimakatastrophe oben rechts oder sie entwickeln Lern-Apps und Lernvideos für Flüchtlingskinder, damit diese Deutsch lernen können. Respekt! Die Best Rally Kits der Klasse 6 BD erstellen Apps zum Deutsch lernen für Flüchtlingskinder. Das Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet. Die Ergebnisse teilen wir dann auf einem Blog und veranstalten Workshops für Flüchtlingskinder in Köln. Stichwort OER, Open Educational Resources oder freie Bildungsmaterialien. Sie gehören zu dieser neuen Lernkultur, der Kollaboration und des Teilens von Wissen dazu. Machen, das auch eigentlich erst möglich sind, sind in Deutschland nun in der Debatte und auch im Unterricht angekommen. Das Amt für Schulentwicklung zum Beispiel in Köln stellt allen Schulen der Stadt ein offenes und kostenloses Wiki als Lern- und Arbeitsplattform zur Verfügung. So erstellen Lernende selbst OER oder wie wir daraus dann E-Books, die wir wiederum unter Creative Commons Lizenz bereitstellen. Ein Zitat, das ich auf Twitter gefunden habe. Strong teachers don't teach content. Google has content. Strong teaching connects learning in ways that inspire kids to learn and strive for greatness. Ja, da ist was dran. Und die Schüler, die Sie auf der nächsten Folie sehen, streben nach Größe. Das sind die CAS Junior Experts, sind Lernende der CAS, sie partizipieren und andere partizipieren lassen und ihre digitalen Kompetenzen in Workshops im Makerspace der Stadtbibliothek Köln an Bürgerinnen und Bürger weitergeben. Ja, das hier sieht ganz schön nach Chaos aus und ist der Moment, als am 03.09.65 in Schweden von links auf rechts Verkehr umgestellt wurde. Aber Irrtum. Die Schweden hatten eine genaue Strategie und das ging ganz schnell. Und diese Strategie brauchen wir auch für Bildung in der digitalen Welt, damit es nicht zum Chaos kommt oder im Chaos endet. Lernen 4.0, das bedeutet ein gesetzlicher Rahmen, Datensicherheit, OER, neue Lehrpläne, Lehrerbildung und IT-Ausstattung, eine neue Fehlerkultur und offene Kommunikation auf Augenhöhe, eine Vermeidung digitaler Spaltung und eine Vernetzung aller bereits existierenden Akteure. Viel zu tun, aber wir schaffen es. Vielen Dank, meine Zeit ist um. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Kommentare und Fragen im Kommentarfeld. Vielen Dank.